Mikro sollte man schon anmachen. Guten Abend allerseits und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Stream und zwar Call of Duty Black Ops Cold War. Ja, ganz entspannt, habe vorhin mit Cori noch ein bisschen Escape from Tarkov gezockt, hatten dann beide irgendwie keine Lust mehr. Ich habe dann jetzt erst mal was gegessen und ja, jetzt habe ich wieder Bäcke sozusagen. Wienermännchen, hallo Matze, grüß dich. Hallo du Killer, du hast es erfasst. Jetzt wird geschnetzelt. Es gibt geschnetzeltes, hoffentlich. Ich will erst mal wieder reinkommen hier. Nein, ah! Alter, es war mit ihm nicht in Ordnung. No Scope, in die Fresse geballert. Oh. Spionage Flugzeug, bereit zu nehmen. Okay, raus. Komm, Spionage Flugzeug, mach deinen Job, Alter. Ich sehe nichts. Komm mal zu, hast du nicht Bock mitzumischen. Wir reißen den den Sack ab. von der Flamme. Los. Die Station, die Flamme. Die Station, die Station, die wir in ihrer Wohnung lesen, auch noch verladen. Die Station, die dort, die Station, die wir in der Konstruktion vornehmen, haben Sie in einem Nein, diesmal nicht. Du Arsch. Was? Nein, nein, nein. Alter, er war ja direkt vor mir. Wo ist meine Knarre hin? Will meine wieder. Hat es nicht gecheckt? Geiler. Ist weg. Hallo. Wir liegen in Führung. Zeigt eure Überlegenheit. Alter, das ist doch knapp. Oh, das geht ja ab hier. Mission abgeschlossen. Na, Alter. Die Aufräummannschaften kümmern sich um den Rest. Er landet nicht. Er hat seine Lektion noch nicht gelandet. Geil. Habe ich nicht mal 5 zusammen? Oh, ich bin Plusler. Schnell, 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 schnell. Alter, was tust du? Er rennt euch die Mine. Und ich fliege in die Luft, Alter. Was ist das? Das habe ich nicht kapiert. Der Schrei. Mann. Nein. Ey, wieso habe ich Glück? Wieso bin ich in die Luft geflogen? Wieso bin ich in die Luft geflogen? Oh, come die da ner... So sieht's aus, Jungs. Da war der Pimp. Schön gewollbanked, den Hund. Eeeh, hallo! Eeeh, hallo! Das hat getauert jetzt. Boah, schade. Alter. Ich hätte einfach weiterschießen müssen. Aber er konnte es ahnen. Alter, da muss der Erf stehen. Schon wieder, du Simpel. Der Dust. Da war er wieder. Er kann scheinbar nicht die Hände von mir lassen. Schade, der kann er nicht. Das Missionsziel ist zum Greifen nah. Bringt er es zu Ende. Das hat Aua gemacht. Oh. 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 Oh, nein. Ja. Er wollte hoch. Ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Komm, Junge. Da, noch einen. Ich muss weg. Leute, beschützt mich. Hier bin ich. Die Panzerung steht für euch bereit. Na? Äh, wieso kann ich die Panzerung nicht anziehen, Alter? Nein. Wo sind meine Mates, Alter? Da war keine Sau, Alter. Ach so, da lag er auf der Erde, okay. Da war doch eine Sau. Hallo. Oh, wie sie läuft, Alter. Oh. Panzerung ran. Nein. Oh. Ich hatte gerade diese verfickte Panzerung, Alter. Ich muss zuschauen. Ich will nicht. Nein. Nein. Mach sie tot. Mach sie tot. Alle. Töte alle. Nein. Nein. Oh. Oh. Hier. Der Künderjunge. Ein letztes Aufbegehren. Ein letztes Aufbäumen. Vor dem Untergang. Wie die Titanic, Junge. Alter, leck mich am Arsch. Endspielung. Schnell. Es war keine Sekunde zu früh. Keinen getroffen, Alter. Alter, leck mich am Arsch. Alter, leck mich am Arsch. Schön. Zwei Punkte auf meiner Liste für die Tannung. Naja, Dreierquote bis jetzt ist nicht so übel. Läuft gar nicht so schlecht für mich, muss ich sagen. Ist nicht schlecht. Nein. 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 Aua. Aua. Du Idiot. Er hat mir das Kreuz gebrochen. Arschkremper. Elend. Das funktioniert nicht. Wir liegen zurück. Wir sind vorbeigezogen. Alter, erschreck mich nicht so. Was war denn mit Team-Mate Nummer zwei, Alter? Er lässt sich den Arsch aufreißen. Schade, Alter. Es war so knapp, Alter. Da hat er schon Arschwasserschübe gekriegt. Dem hat das Arschwasser schon bis zum Hals gestanden. Und es war kochend heiß. Ey. Wee. Wee. Alter. Alter. Leck mich am Arsch. Wart noch. Schnell, 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 schnell. Komm. Noch ein. Yep. Wieder nichts getroffen, Alter. Leck mich. Schade. Nachtjacke. Nachtjacke. Alter. Bist du wohl oder was? Kapiert es nicht beim ersten und zweiten Mal. Er braucht die Erfahrung. Ey, ist das ein feindliches MG? Ist das ein feindliches MG? Der? Okay. Der ist auf. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020